So ihr Süßen, ich kann euch endlich ein richtiges Update geben, wuhu, ähm ja, wir sind hier mit den Fliesen fast durch, wie findet ihr das? Ich bin schon so aufgeregt deswegen, hallo, Pflegehund wieder da, ich finde das super, ne, ich bin richtig begeistert und was auch noch passiert ist, die Scheibe ist ausgetauscht worden, ich habe wieder eine richtige Scheibe, also jetzt in der letzten Woche, in der vergangenen Woche hat sich auf jeden Fall echt was geschahen, Gott sei Dank, ich bin richtig froh, jetzt am Wochenende, ähm, jetzt kommt das Wochenende, ist ja Pfingsten und, ähm, der Fliesenleger wird morgen hiermit fertig, verfugt dann alles und übers Wochenende tapezieren wir dann hier alles, dann kann auch schon gestrichen werden und dann sind wir echt so gut wie durch. Der Sicherungskasten hier, der wird komplett entfernt, der kommt weg, beziehungsweise, äh, entweder runter in den Keller oder hier im Flur auf die andere Seite, ähm, ja. Ah, Gott sei Dank, ich bin total schon nervös geworden, aber der junge Mann macht das richtig, richtig gut, es gefällt mir total gut, so wie es jetzt schon mal aussieht. Voll schön, ja. Jawohl, okay ihr Lieben, ich muss jetzt zur Müllkippe fahren, nochmal, schon wieder, äh, ein bisschen Bauschutt und so wegbringen und, ähm, ja, ich wünsche euch ein super schönes Pfingstwochenende. Macht's gut ihr Süßen. Vielen Dank.